. Dankeschön. Herr Köln, ich kann mir die Kämpfe auch vorstellen. Der Blaue Decke. Herr Köln aus Köln in Brasilien. Boxführer. Recomendiert Vormann in Boxing. Al-Asianischer Meister. EBC Mundo with Go Champion. Überstreckt 40 Kämpfe. Gewann 31 durch. Noch 8. Begrüßt für die Blaue Decke. Ärzem Cäsar Antonio. Der Rote Decke kommt aus Essen Box für Boxingindustrie. Beschritt 14. Gruppekämpfe. Gewann 12 durch. Knockout. Deutscher Meister der EBA. Und Euro-Asien Meister der DBF. Hier. In Hessen. Jetzt sind ihr schön. Herr Patrick. 2-3. Hier kommt ihr schwergewicht. Ziel mal. 3 Minuten. GTP. United! Norden. atten. Ahmad! Kinder sind nicht angefangen. Hohsted, Hohsted! 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 Hoh 호! Torche! 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 Tor Mulch Fettung! Sachse, das ist wir! Ach, guck mal, guck mal. Oh, ja, der ist immer mal. Jawohl! Jawohl! Oh, ja, die Sorgen. So, das ist eine kleine Hubertin! Das ist eine junge Weibige, der Prophet auf Singapier. Was sind Sie, du Affe? Was ist, du Affe? Schlippen, oder was Sie kuchen will ich? Ey, 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 ey. Mama, ihr habt schon so vor. Wir gehen runter. Wir haben jetzt eine Spitz. Ja, wir haben noch nichts vor. Ja, genau, verpisst dich jetzt. Verpisst dich jetzt jetzt! Ich bin hier noch mal von dir. Danke liebe Jungs. Ich bin hier noch. Ich bin hier noch. Ich bin hier noch. Ich bin hier noch. Aber ganz schnell. Ich kann dich morgen helfen und weiter. Jetzt am Ende. 2-3. 2-3. 1-3. 1-3. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. 3-3. 4-3. 5-2. 9-3. 2-3. 5-3. 2-3. Ja, komm, komm. Das ist das Schreie. Vielen Dank. 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 Bye. Yo. 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 No. 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 Vielen Dank. 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 Korte! 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 Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Oh nein. Aber er macht ja. Genau so. Er muss noch weiter machen. Dann ist ja der Weg. Das ist ja der Weg. Aber einfach mal. Er hat ja nicht mehr mit ihr. Er hat ja nicht mehr mit ihr. Du hast ja gesehen. Du hast ja gesehen. Du hast ja gesehen. Du hast ja gesehen. Wenn wir ohne reinstehen. Ja. Sicher. Er braucht es auf jeden Fall. Ja. 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 Viel zu. Ja. Ja. Ich weiß ja. Ja. Oh nein. Ich bin nicht mehr auf der Aufrufe, der ist gut. Der ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Weil er letztlich da ist, dass es einen coolen Scheiß ist. Was schützt euch? Der hat sich klar zu offen geben. Aber er hört erst mal nach dem Boden. Und die beiden noch mal auf! Ende der achten Runde. Second out. Und schön bricht alles zusammen. Ring frei. Zur Runde 9. Round 9. Zinsen. Herr Köln. Schäfäng. Kommt rückt an. Dann fährt die D2018. Aber der weiß noch mal einen Spiel. Er weiß gar nicht. Da wird die Doppel in der Tür. Der kann ihn einfach hochschlagen. Und die Doppel hat auch noch. Schäfänger zu machen. Die Doppelort. An der Tür, da haben sie auch was drauf. Ja, da ist die Schöne dran. Ja, da füllen ich es. Also, so hab ich das. Ja, du musst es drücken. 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 Ich bin gespannt, da aufzugehen. Tütenknelein. Oh! Oh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schuss! Ich bin gut geholfen. Ich bleibe hier in die Schacht. Ich bleibe hier, ich mache hier. Ich habe die Schachtel geholfen. Ich bleibe hier! Ich bleibe hier! Ich bleibe hier! Ich bleibe hier! Goooood! Die letzte Runde des Arms. Feuern Sie Ihre Boxer nochmal an. Runde 10, Rote. 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 Runde 10, Rote.